Was ist Crossfoot? Pressure darf man? Ja. Was Crossfoot zählt? Erich Korsten macht Pressure Flips! Das können alle, der macht sogar mal einen Pressure Lay Kick. Ja, aber Crossfoot und Sexchance zählen. Ja, das zählt eigentlich. Also, dann zählt Pressure auch, okay. Aber Crossfoot auch? Und Sexchance? Crossfoot nicht. Doch! Nein, dann halt doch. Und Sexchance auch. Sexchance auch. Ja, Mann. Sexchance. No homo, ist ja klar. Also, der vorgemachte Trick muss sauber gelandet sein. Also, wir spielen heute mit Skater. Also, wegen der Fairness. Feuerassist und die homos. Ja, der vorgemachte Trick, wenn der gepoppt ist, muss der nachgemacht auch gepoppt sein. Und das war's eigentlich. Also, Rochambeau. Ach so, der Schiedsrichter ist heute... Johannes. Der ist bestechlich. Also, Rochambeau. Das war's. Das war's. Booyah! Philippe geht erst. Booyah! 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 Ah, sonst ein bisschen Kett. Oh, oh. Oh, oh. Whoa, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ja, 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 ja. Oh, oh. Fahren Sie bitte schneller. Ja, 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 ja. Oh, oh. Oh, oh. Nein. Nein. Ja. Einmal rein. Ich habe hier nur zwei. Oh, oh. Oh, oh. Was ist nicht so langsam? Wengler. Wengler. Oh. 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 Man. Oh oh. Oh, oh man. Ah, oh. 2 2 2 2 3 2 3 1 2 2 1 2 2 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 Untertitelung des ZDF, 2020